Ein Bruder fragte einen Alten, was soll ich wegen meiner Sorglosigkeit tun? Es sprach zu ihm der Alte, wenn du diese kleine Pflanze nicht entwurzelst, die die Sorglosigkeit ist, entsteht ein großer Buckel. Was soll ich tun wegen meiner Sorglosigkeit? Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir in dieser Woche die Texte unter dem Aspekt der Buße hören, dann können wir natürlich heute im Evangelium daran vorbeihören. Wir können sagen, hier geht es um Arm und Reich, es geht um ausgleichende Gerechtigkeit und es ist ja schön, wenn es so etwas gibt. Aber was ist das Problem des Reichen? Was ist die Beule? Was ist sein Geschwür, das immer größer wird, wenn, wie der Altvater sagt, du diese kleine Pflanze nicht ausreißt, nicht entwurzelst? Sie führt genau dorthin, wohin wir gehört haben. Es ist unser Problem. Die Werke der Buße sind verschwunden, weil wir in Sorglosigkeit leben. Und zwar nicht nur in doch relativ sehr großer materieller Sorglosigkeit. Wer von uns muss wirklich bangen um seine Existenz? Bangen. Wer von uns weiß nicht, was morgen ist? Das weiß natürlich niemand, aber wir verlassen uns darauf. Wir leben entsprechend. Aber wir tun das ja auch geistlich. Natürlich sagen es die Väter, sagen aus den alten Klosterregeln, dass man an der Barmherzigkeit Gottes niemals verzweifeln darf. Das ist richtig. Aber wie sollen wir das einordnen, wenn Generationen der Heiligen sich als Büßer betrachteten? Waren das Vollidioten? Waren die einfach nur ein bisschen schräg drauf? Solche, von denen wir heute wissen, eigentlich hatten die das gar nicht nötig, aber vielleicht hatten sie es doch nötig. Warum haben sie ein Leben der Buße geführt? Alle, die in die Wüste gegangen sind, wo wir dann manchmal staunend davorstehen, deren Worte wir seit einigen Jahrzehnten wieder zu schätzen wissen und die uns in Erstaunung versetzen. Denn ihr Urteil ist oft ganz überraschend milde. Es ist nicht, dass die Buße an anderen vollzogen oder angewendet wird. So wie wir das dann manchmal gerne sehen. Sondern diese Heiligen, die Väter, haben sich selber als Büßer gesehen. Was beten bis heute unzählige Christen, wenn sie das Jesusgebet sprechen? Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner des Sünders. Ist das nur ein wohlfeiler, frommer Spruch? Oder ist es nicht genau jene Haltung, die vor dieser Dualität, die wir im Evangelium hören, vor diesem tiefen Abgrund, den niemand überwinden kann, bewahrt? Wir schneiden uns selber die Wurzeln ab, die wahren Wurzeln, wie wir das in der Lesung bei Jeremia hören. Durch unser abgründiges und solistiges Herz. Ich kann mich in meiner Ausbildung an viele Sätze erinnern, die sozusagen solche Entlastungsstrategien gebildet haben. Und je älter ich werde, desto saurer stoßen sie mir auf. All das, dass wir heute andere Menschen sind und dass wir diesen ganzen Bußkram, dass das heute niemand mehr was sagt und dass wir das alles nicht brauchen. Ich wüsste einen englischen Ausdruck dafür, den ich aber jetzt lieber nicht sage. Es sind Fallen und es sind letztlich, die Väter hätten das sofort gesagt, es sind Stimmen der Dämonen, die so sprechen. Sich selber als Büßer zu begreifen und auch ein Leben der Buße zu führen, wie das die großen Gestalten getan haben. Wir könnten sie alle aufzählen, von Antonius angefangen, durch Jahrhunderte hindurch, bis in die Gegenwart gibt es sie. Das sind Menschen, die das tun, was angezeigt ist, nämlich gegen diese Einflüsterung der Gedanken kämpfen, den Leib zu unterwerfen, der oft so aufsässig ist und die Gedanken zu ordnen in diesem einen kurzen Gebet, nämlich die Gedanken, den ganzen Menschen auf Gott auszurichten, weil er nur so recht orientiert ist. Und dazu bedarf es der Buße. Es bedarf der Übung, zuweilen der harten Übung. Und dann kommt jene Milde zum Vorschein, von der das Evangelium ausspricht, aber genau so herum, nicht andersherum. Bei Abbas Antonius war einmal Abt Makarius ein anderer großer Vater. Und es fliegt die Tür auf im Kellion und es kommt einer hereingelaufen, der flüchtet vor seinen eigenen Brüdern. Sie verfolgen ihn. Sie wollen ihn aus dem Kloster ausstoßen, aus ihrer Siedlung, denn er hat Unzucht begangen. Und er flüchtet zu diesen beiden Alten. Antonius sieht sich die Situation an und sagt zunächst nichts. Und als die anderen dann nachkommen und schon fast gewalttätig werden, spricht Abt Makarius und sagt, hört her, Einer ist in den Schlamm geraten, bis zur Hüfte. Die anderen eilen herbei, um ihm mit den Händen vermeintlich zu helfen. Aber mit ihrer Hilfe stoßen sie nur tiefer in den Schlamm hinein, sodass er fast ertrinkt. Die Brüder haben sofort verstanden. Sie warfen sich ihrem Bruder, der sich verfehlt hatte, zu Füßen und nahmen ihn in Freuden wieder in ihrer Mitte auf. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist Umsetzung des Evangeliums. Die Buße an sich selber anzuwenden, um so fähig zu werden, im Sinn des Evangeliums mild und barmherzig zu sein. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist ein Schlamm.